Sir Isaac Newton war ein englischer Philosoph und Naturforscher. Aufgrund seiner Leistungen in der Physik und der Mathematik wird er zu den bedeutendsten Wissenschaftlern aller Zeiten gezählt. Er veröffentlichte im Jahr 1687 sein Werk »Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie«. Darin legte er die Grundsteine der klassischen Mechanik, indem er die drei Prinzipien der Bewegung formulierte, die wir in den letzten drei Wochen bereits kennengelernt haben. Prinzip 1 ist das Trägheitsprinzip Jeder Körper behält seine Geschwindigkeit bei, solange auf ihn keine Kräfte ausgeübt werden. Prinzip 2 ist die Newton'sche Bewegungsgleichung F mal Delta T ist M mal Delta V bzw. F ist M mal A Prinzip 3 ist das Wechselwirkungsprinzip Übt ein Körper 1 auf einen Körper 2 eine Kraft F1-2 aus, so übt Körper 2 auf Körper 1 eine gleich große, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft F2-1 aus. Eine Entdeckung, die vielen in Erinnerung bleibt, ist die Entdeckung, dass Körper sich gegenseitig anziehen. Newton ging bereits von einer konstanten Schwerkraft aus, die proportional zum Quadrat des Abstands abnimmt. Wie kam er darauf? Newton überlegte, wie es möglich ist, dass der Mond sich beständig um die Erde bewegt, also ständig seine Geschwindigkeit ändert. Aus seinen Prinzipien folgt, dass ständig eine Kraft auf dem Mond wirken muss. Diese Kraft muss in Richtung der Erde wirken, also von der Erde ausgehen. Es wird die Geschichte überliefert, dass Isaac Newton durch das Betrachten eines Apfels am Apfelbaum, vielleicht auch durch das Herabfallen des Apfels, darauf aufmerksam wurde, dass dieselbe Kraft, die den Apfel zu Boden fallen lässt, auch zur Bewegung des Mondes rund um die Erde führt. Er erkannte, dass diese Kraft die gleiche ist, die schon als Gewicht bekannt war. Mithilfe der drei Keplerschen Gesetze folgerte er dann, dass diese Gewichts- oder Schwerkraft quadratisch mit der Entfernung abnimmt. Viele Fachleute halten es für möglich, dass er die Geschichte vom Apfel erfunden hat, um verständlich zu machen, wie er aus einfachen Alltagsbeobachtungen physikalische Erkenntnisse gewonnen hat. Die Mechanik, die er entwickelt hat, ist also eigentlich für Himmelsobjekte gemacht. Ihre Bewegung im luftleeren Raum unterliegt keiner Reibung. Auf der Erde haben wir andere Verhältnisse, wie wir in den nächsten Wochen sehen werden. Die Atmosphäre der Erde ist dafür verantwortlich, dass die Mechanik auf der Erde durch Reibungskräfte verkompliziert wird. Andererseits ist es erst durch die Atmosphäre möglich, mit dem Flugzeug zu fliegen oder mit dem Heißluftballon zu fahren. Platz 7 Platz 8 Platz 8 Platz 11 Vielen Dank.